Das ist unser Ziel. Nähere dich vorsichtig. Aha, Null Schad. Ah, der abgesetzte König. Wow. Oh, Mann. Aber ich glaube, das wäre etwas mehr aushaltend. Wow. Au. Ah, ausweichen. Wow. Okay. Das gleiche Spiel wie immer. Ausweichen. Und schlagen. Wow. Was war das? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Auf jeden Fall ist dieser Typ sehr hart. Da bin ich schon wieder gestorben. Mir gefällt das nicht. Und wie muss ich das... ...doch vermeiden lassen? Könnte ich das abbrechen? Nein, das wollte ich gar nicht. Oh. Die Kaste, oder? Au. Mein Gott. Zack. Jetzt wird gleich mal die schöne Schnetzelform ein. Die auch schockierenderweise... ...wenn ich wirklich viel Schaden errichtet. Go. Junge, was soll denn das? Au. Sorry. Tja, Mann. Du wirst jetzt, gut oder übel... ...einfach mal eine ins Fresse bekommen. Ausweichen. Schön. Ausweichen. Schön. So. Und wieder schön in die Fresse gehen. Und weg. Nein, man ihn nicht fahren kann. Polieren. Und dann wieder seinen Spahnkampf Zauber einsetzen. Au. Wow. Nein. Wow. Scheiße, Mann. Was war denn das? Das sollte sich vermeiden lassen. Das ist nicht. Na. Gleich wie... Oh, Kisten. Gleich wie an einer Säule festhängen. So. So, ganz vorsichtig. So. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Au. Schon wieder. Verdammt. Fast schon wieder diesen Schlagansatz. Ich hasse es. Aber schon zwei Heiltränke hat diesen Typen verschickt. Seiner. Und weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Schön. Weg, weg, weg. Weg, schön. Und drauf. Und drauf. Alles, was du hast, Junge. Und wieder weg. Was soll das? Lass das. Hat der einen Eisbart? Mann, ist der cool. Der hat einen Eisbart. Ich sehe ja schon wieder einen meiner Lieblingsposter. Ich habe einen Eisbart, Jungs. Mädels. Au. Einen Eisbart. Ist das cool oder ist das cool? Diese epische Stille in diesem Kampf, Bruder. Wow. Scheiße. Mann. Oh mein Gott. Wenn er das öfters macht, dann bin ich nicht mehr sein Freund. Oder einen Eisbart hat. Hopp. Genau das meine ich auch. Was ist das, Mann? Ist auch cool. So, ich müsste mal wieder meine Stille entschuldigen, aber ich bin gerade wieder vollkommen konzentriert. Das ist stark, was der da macht. Und das tut weh. Und der ist mir noch etwas überlegen. Das erkenne ich daran, dass ich ihm kaum Schaden anbruchte. Aber gut. Wenn der mir überlegen ist, damit kann ich lehnen. Sicher hat er dann doch später ein paar bessere Tricks auf Lager. Die mir sicher dann das Leben schwer machen. Noch schlimmer als dieser beschissen, dreckige Wirbelsturm. Und. Ja, toll. Das machst du gut, Tod. Dann noch einmal weg. Wow. Ich hasse diesen Wirbelsturm. Wieder schön diesen Vorankampf schmieren. Wieder so ein beschissener Wirbelsturm. Und wir versuchen, so gut wie möglich zu kommen. Zeig mir, was du kannst, mein Alter. Genauso. Und weg. Und wieder Vorankampf schmieren. Und weg. Au. Au. Gut. Und wieder weg. Und am besten wieder auf Seifersinn ansetzen. So. Oh. Wieder weg. Und wieder schießen. Jetzt steckt er fest. Und jetzt kann ich ihn wieder einbrettern. Und wieder weg. Wieder schießen. Wieder ausweichen. Wieder Vorankampf sauber einsetzen. Au. Nein. Das war unangenehm. Und das passiert. Einzige einsetzen. Oft darf das jedoch nicht mehr passieren. Ich hab nicht mehr so viele. Kaum eine Folge im Reich der Toten. Und schon wieder ein Boss. Der Mischel wieder der Kragen. Ich sollte es definitiv lassen. Gegenüber regener Kämpfeinde zu. Kämpfen. Au. Verdammte Scheiße. Das kann ich nicht haben. Gumm. Lass das. Das mag ich nicht. Scheiße. Scheiße. So. Wieder einsetzen. Jetzt ich mich wieder hochheile. Ah. Das kann es doch nicht sein. Junge. Was ist los mit dir? Ah. Toll. Neun Minuten gekämpft. Das ist zu schwer. Also das kann es nicht sein. Dass du. Eine halbe Stunde gegen ihn kämpft. Und der tötet dich mit einem Schlag. Das ist gleich wie bei Ronhold damals. Ich werde noch länger im Bereich der Toten. sein. Und ich werde zu dir zurückkommen. Ich komme wieder. Später. Wenn ich 20 Level höher bin. Hm. Was ist das? Achso. Die Schriftrolle. Wie schon gesagt. Du und dich. Wir sind noch lange nicht fertig. So. Dann teleportieren wir uns wieder rauf. Haben neun Minuten lang für umsonst gekämpft. Aber das nächste Mal. Das nächste Mal. Das nächste Mal bist du dran. König. Komm dann. Hopf dich meine Belohnung. Meine nächste schönes. Wo ist das? So. Lass nicht deine Attacke sein. Hm. Komisch. Ich hoffe. Verzeiht es mir. Wenn ich nicht jeden von diesen Typen da töte. Hier müsste ich raus. Dann sei es sogar rein. Ach du heilige Maria. Das war jetzt toll. Komm hoch. Das ist ein großes Tor. Weil ich sicher durchkomme. Ich glaube jetzt sicher noch nicht. Ach doch. Toll. Willst du nicht hin? Die güldene Arena. Ah. Der ewige Thron. Ich sehe. Ist wieder nicht hin. Okay. Ich möchte jetzt einfach mal der Hauptquest etwas wollen. Damit ich mich im Reich der Toten etwas etabliere. Das kann es doch doch nicht sein, oder? Ich als völlig fremder hier. Ich finde diese Türen so sensationell toll. Das ist unglaublich. Die Bresche. Das erinnert mich. So viele Sachen aus dem Schmiedeland. Unglaublich. Schön das Licht. Herrlich. Zwei Schalter. Das ist nicht herrlich. Ein Balken. Schön. Das sieht mein kühles, totes Auge da. Ein leerer Raum. Ah. Das war jetzt ein komisches Geräusch. Interessant. Eine Kiste. Parmé. Was ist das? Das erkennt wir dabei das andere, oder? Ja. Toll. Lass mich das erklären. Ich habe hier wieder eine Position, wo ich mich heilen müsste. Aus. Ja. Hier wieder zwei. Na toll. Oh. Ich wage es einfach mal. Das kann schon passieren. Waaah. Waaah. Toll. Gefällt mir. Haha. Geil. Super. Schönes Ding. Hm. Das sieht aus wie eine Arena. Ach was. Was wollen die denn? Wer seid ihr überhaupt? Ich kenne euch überhaupt nicht. Bestimmt kenne ich eure Mutter. Tja. Frisst das. Danksam kann ich mit dieser Axt umgehen. Das gefällt mir. Bam. Dieser Schlag wehtut. Frisst das. Und weiter. Das war es schon. Das kann es aber nicht gewesen sein, oder? Was soll die Scheiße? Ich wollte hier für einen ordentlichen Kampf bezahlen. Oh mein Gott. Das sieht schon wieder nach so einem Rätsel. Gruft. Ach was. Seht ihr das an? Ich muss das da hoch platzieren. Sicher hat es irgendetwas mit dieser Brücke dort auf sich. Da die mich schon irgendwie so anstreite. Aber wisst ihr was? Über das muss ich jetzt nicht mehr nachdenken. Und damit sage ich volle Eleganz. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Darksiders 2.